Herzlich willkommen bei Okuma. Mein Name ist Jakob Simon und ich arbeite als Automationsspezialist für die Firma Okuma in Europa. Heute freue ich mich, Ihnen unsere neueste Innovation vorstellen zu dürfen, unser Affordable Excellence Automation Package. Dieses Paket kombiniert unsere erfolgreiche Okuma Genos L2000 mit der neuen Okuma Robot Cell Mini Tent und bietet Ihnen einen perfekten Einstieg in die Welt der automatisierten Okuma Drehmaschinen. Die horizontale Drehmaschine Okuma Genos L2000 ist bekannt für ihre Präzision und Zersparnleistung. Auf kleinster Aufstellfläche bietet die hochentwickelte Genos L2000 neben der Drehbearbeitung eine optionale Fräsfunktion sowie optionale Y-Achse. Besondere an dem Paket ist die nahtlose Integration mit der Okuma Robot Cell ORC Mini Tent. Diese bietet Ihnen eine hochproduktive und sofort einsatzbereite Automationslösung. Highlights des Automationspakets sind kurze Be- und Entladezeiten, die hochwertigen Komponenten der Automation und die einfach zu bedienende Mensch-Maschine-Schnittstelle. Weitere Informationen zu dieser und anderer Lösungen erhalten Sie auf den Okuma Messeständen oder über info at okuma.eu. Vielen Dank.